Komm endlich an Bord! Ja! Jedes Jahr dasselbe. Ich hab's doch geschafft, oder? Diese Woche ist uns heilig. Wir fahren nach Fire Island. Meine Mädel sind da! Ich glaub's nicht, dass du mich wieder überredet hast. Ich fühl mich hier immer so einsam. Wow, alles okay? Alles gut, das passiert mir ständig. Haben die ein Haus am Strand? Siehst du, wie viel die trinken? Die benutzen uns offensichtlich für Freigetränke. Versprich mir, dass du dich amüsierst. Lass sie nicht glauben, sie wären etwas Besseres, weil... Vergiss es. Du denkst wohl, dass du allen überlegen bist. Ich denke nicht, dass ich besser bin als du. Du glaubst, wenn du dich kurz verletzlich zeigst, bricht alles zusammen. Oh mein Gott, mein Baby ertrinkt! Wann umarmen wir uns endlich und bringen das zu Ende? Meine Bio-Uhr take weiter und weiter! Penelope Cruz? Oh. Wer ist das? Er homepage hayestens. Ich denke, ich habe ihn jetzt über deine Beine an mir wrestle. Aber schthümmelig zu werdenなので. girl sind sie jetzt biний. Geop